liebe zuschauer herzlich willkommen zu einer neuen ankündigung auf meinem kanal ich bin felix der weise es ist soweit duftail games kündigte gestern offiziell die zweite deutsche strecke für trains im world an hierbei handelt es sich um das dlc ruhr sieg nord welches die 61 kilometer lange eisenbahnstrecke zwischen hagen und finnendrup beinhaltet als loks werden dabei sein die baureihe 185.2 für den güterverkehr dazu wird es auch passende güterwagen geben und die baureihe 143 für den personenverkehr für den personenverkehr werden außerdem doppelstockwagen dabei sein und ein fahrbarer doppelstocksteuerwagen der preis sowie der releasetermin und ob es wieder preorder geben wird das ist zum jetzigen zeitpunkt noch nicht bekannt auch gibt es von der baureihe 143 und den doppelstockwagen noch keine bilder was denkt ihr über die kommende strecke hagen finnendrup werdet ihr euch diese strecke kaufen schreibt doch eure meinung dazu einfach mal in die kommentare wenn es neuigkeiten zu diesem dlc gibt dann erfahrt ihr es auf jeden fall hier auf diesem kanal wir werden uns die strecke auf jeden fall anschauen wenn sie veröffentlicht wird ansonsten danke ich euch hier für die aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine angenehme zeit bis zum nächsten video euer felix der weise